Applaus 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 So, jetzt, ja! Applaus Applaus Herzlich willkommen, verehrtes Publikum, im Namen der Münchner Künstlerhausstiftung. Es gibt eine Auszeichnung für Sänger, das sängerkundige Publikum weiß das, das ist der Kammersänger. Das ist die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann. Wir haben hier einen Dreifachen, das ist ganz besonders selten. Außerdem einen Ehrendoktor, einen Professor, einen Buchautor, einen Regisseur inzwischen auch, aber vor allem ist er Ihnen natürlich als Opernsänger bekannt. Auf allen großen Bühnen der Welt ist er zu Hause gewesen, über Jahrzehnte, allein 25 Jahre in Bayreuth. Und man sagt ja über Bernd Weichel, Richard Wagner muss gewusst haben, dass Bernd Weichel irgendwann auf die Welt kommt. Er hat den Hans Sachs für ihn geschrieben. Wir haben heute ein kleines, sagen wir mal, fast schon Potpourri-Programm für Sie. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was Sie heute Abend überhaupt erwartet. Zu Beginn hören Sie, wie auch angekündigt, Theorie, etwas Theoretisches über das Singen. Und das Atmen. Da werde ich nichts vorwegnehmen. Ich werde den technischen Teil übernehmen. Ich hoffe, das glückt mir einigermaßen. Und anschließend wird Herr Weichel mit zwei Sängern. Maria Schabonia ist Ihr Name. Sie ist aus Hamburg heute gekommen. Und der Bariton Niklas Mallmann. Herzlich willkommen. Begleitet von der Pianistin Anna Kraftzower. Auch aus Hamburg heute gekommen. Mit diesen beiden Sängern wird also praxisnah vorgeführt, worauf es ankommt. Und vielleicht haben Sie auch schon gelesen, dass Bernd Weichel zudem inzwischen auch schon wissenschaftlich sehr anerkannt ist. Er hat auch ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt Singen. Und es gab in den 90er Jahren eine Studie, die er angeregt hat, hier in der Nussbaumstraße in der Psychiatrischen Klinik. Sie werden also auch darüber hören, wie das richtige Singen und Atmen sich gesundheitlich, therapeutisch, auch bei psychiatrisch Kranken sehr positiv auswirkt. Ja, aber der beste Sänger ist nichts wert mit der tollsten Technik, wenn unwissende Regisseure es ihm schwer machen. Und auch darauf wird Bernd Weichel heute Abend eingehen. Er wird Ihnen auch einen kleinen Ausschnitt zeigen aus einer Inszenierung, wo er selber Regie geführt hat, um Ihnen mal zu demonstrieren, worauf es eigentlich ankommt, wie ein Bühnenbild sein muss und eine Inszenierung, damit die Sänger so überhaupt heute noch möglich ist für Sie, richtig singen zu können. So, das alles in zweimal 45 Minuten. Wir wünschen Ihnen ganz bestimmt einen sehr anregenden Abend. Herzlich willkommen und viel Applaus. Sehr verehrte Damen und Herren, das Instrument des Sängers. Analog zum Korpus einer Bassgeige oder eines Konzertflügels dürfen wir Sänger unser Instrument möglichst nicht unter der Last oder Freude der Beanspruchung räumlich verändern. Wir haben unsere Lungen nicht bei jeder Gesangsphrase völlig entleert, sondern behalten immer so viel Restluft, dass der subglottische Druck der ausströmenden Atemluft konstant gehalten werden kann. Unser Instrument darf sich also niemals gravierend verkleinern. Darstellerische Aktivitäten auf der Bühne, welche die Atemluft tangieren und damit auch Einfluss nehmen auf die Größe des Instruments, behindern die professionelle gesangliche Aussage. Die Kunstformen, Schauspiel und Oper unterscheiden sich auch hier ausdrücklich. Das heißt, eine Opernregie sollte Rücksicht nehmen auf die Unversehrtheit des sängerischen Klangkörpers. Das ist jetzt die Grafik 1 und da zeige ich eben, wir atmen, wenn immer es geht, durch die Nase ein und bitte nicht die Schultern anheben. Dabei lassen wir den Unterkiefer wie zum Gähnen sinken und bitte bei geschlossenem Mund. Unsere Lungenflügel breiten sich nach unten aus und unser Zwerchfellmuskel, Diaphragma genannt, flacht dabei ganz automatisch seine Kuppel ab. Das bedeutet, Kehlkopf, Lunge und Zwerchfell bilden ein Synchronverhalten auf dem Weg nach unten. Grafik 2 Beim Singen muss der Luftdruck aus unseren Lungen in Richtung Kehlkopf, subglotischer Druck, möglichst minimal und konstant bleiben. Das heißt, wir müssen uns bemühen, keine Luft ungenutzt ausströmen zu lassen. Die Muskulatur rund um das Zwerchfell muss diese Luft während des Singens anhalten. Durch willentlichen, also kortikalen Anstoß der Stimmbänder entsteht ein Ton, nicht durch Ausatmen von Luft. Und was wir hier sehen, sind die Hohlräume, die wir alle wissen, dass es sie gibt. Aber der große Klangraum ist das erste, die erste Grafik, die wir möglichst erstreben sollen. Der kleinste Klangraum ist dieser hohe Kehlkopf. Jetzt ist es so, darauf komme ich noch zu sprechen. Es gibt Vokale, darüber rede ich dann, die nämlich das Begünstigen und andere Vokale, die hinstreben auf einen kleinen Klangraum. Und das wollen wir tunlichst vermeiden. Ich komme darauf zu sprechen. Beim üblichen amateurhaften Singen sind nicht immer alle Vokale im Mund- und Rachenraum an derselben Stelle positioniert, wie ich das bereits eben sagte. Unseren Gesang auf alle Vokale bestens zu fokussieren, Beispiel ist ein gebündelter Lichtstrahl, suchen wir für Sie einen gemeinsamen Platz. In unserem Ansatzrohr man nennt dies Vokalausgleich. Sie sehen hier oben das A. A hat den besten Raum zum Klingen. E ist schon absolut ungenügend, die Zunge ist zu groß. I geht gar nicht, O geht auch nicht, U geht auch überhaupt nicht. Alle diese Vokale haben sich dem A anzunähern. Aio, Aio. Beim Singen, jetzt ist es brutal, wenn ich es Ihnen so zeige. Beim Singen aber merkt man das sehr gut. Natürliche Töne bestehen aus sich überlagernden Schwingungen, einem Grundton und seinen sogenannten Obertönen, die in mathematischen Abständen darüber liegen. Dort, wo sich Obertöne bündeln, entsteht ein für die Tragfähigkeit unserer Stimme günstiger Formant. Der Vokal A, wie ich Ihnen das eben schon gesagt habe, hat dabei den stärksten Formanten und somit die beste Tragfähigkeit für den Gesang ohne Mikrofon. Und jetzt kommt das, das ist die Grafik 5. Oben sagt ein Kammersänger, mach mir den Pudel nicht nass. Unten sagt es der Grafiker, Sie sehen, dass der Kammersänger mit dem Vokalausgleich eine bessere Möglichkeit findet, um tragfähig zu werden. Wir werden als perfekte Sängerinnen und Sänger geboren. Das ist die nächste Grafik. Ja, so werden wir geboren. Links, wie alle von Ihnen, die Mütter zumindest auch wissen, kann das Baby mit dem ersten Schrei schon stützen, wie wir das nennen. Ja, das tut es hier. Es bringt nämlich dort das Diaphragma, die Kuppel gleich nach unten. Und trotzdem schreit es oben und wird nie heiser, weil es singen kann. Ja, die Zwerchfellkuppel ist abgeflacht und die eingeatmete Luft wird angehalten. So, das Gummiband noch. Das ist die Vorstellung, die ich gern mitbringe. Man drückt nach unten und durch das Singen denkt man sich wieder den Ton oben in den Schädel, wo es nur immer geht. Ja, und das heißt also, das Gummiband nach unten und die Vorstellung und so etwas. Ist das noch drauf jetzt? Ja, das ist an sich das Ziel und das geht durch das ganze Stück, was man singt am Abend. Jetzt würde ich gern mit den Sängern praktisch arbeiten. Wer fängt an? Chabunia, Masha. Das haben wir gar nicht gesagt, du kommst aus Minsk. Ja, deswegen heißt sie Chabunia. Chabunia, Chabunia. Du singst was? Gilda, die zweite Arie von Gilda, von Rigoletto von Verdi. Rigoletta. Rigoletta. Rigoletto. Rigoletto, duete. Ja, gut, okay. Ja, ja, natürlich. Ich muss noch sagen, Moment. Wir haben besprochen, dass ich diesen Vokalausgleich, den ich haben will, jetzt präsentiere. Das heißt, ich unterbreche dich, wo möglich, und du bist auch nicht böse. Sondern ich habe das, was ich jetzt vermitteln kann, erst 1982 gelernt. Und zwar habe ich zu Jimmy Levine gesagt, da war ich schon fünf Jahre an der Metropolitan. Ich habe gesagt, Jimmy, ich muss jetzt, ich kann einfach nicht mehr nur das deutsche Repertoire, russisch auch, oder jetzt französisch. Ich möchte jetzt italienisch singen. Paparotti sagt immer, du musst was italienisch singen mit deiner Stimme. Dann habe ich gesagt, gib mir irgendwas, sagt er, Rodrigo im Don Carlo. Wunderbar. Wir haben probiert, er hat ein Klavier, und er macht so ein Gesicht. Weißt du, Berndl, you gotta do something. Ich sage, Jimmy, I know I have to do something. Sagt er, weißt du was, ich habe eine Korrepetitorin, die heißt Joan Dornemann. Zu der gehst du jetzt, während wir proben, einen Monat. Und die zeigt dir, wie gesungen wird. Das heißt, ich habe erst 1982 gelernt, wie man richtig singt. Und war schon auf der ganzen Welt. Ich war schon zehn Jahre in Bayreuth, ich war in Wien zehn Jahre, ich war überall. Nur dann habe ich das erst gelernt, und deswegen bin ich unbedingt darauf aus, dass ihr das auch könnt. Ja, okay. Tutte war zu. Tutte, 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 tutte. Also, mit Fertun. Ja, hört man das nicht? No, no, no. Eko. Eko. Ja, weißt du, das ist, wenn du das einmal im Kopf hast und fünf Takte schon so hast, dann kannst du die fünf Takte auf die nächsten fünf und überall übertragen. Nochmal. Nochmal. Und wenn du sie nicht. ZANG EN MUZIEK 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 Okay, ist das an U? Genieße doch den Ton und mach nicht klein. Weißt du warum? Der Ton vor dem nächsten Ton ist wichtig, damit du den folgenden Ton hast. Der erste Ton ist wie ein Trampolino für den nächsten. Verschlucke nicht. Ja. Komm her. Wie fühlst du dich? Ja, ich brauche ein bisschen Zeit. Ja, das ist doch klar. Du, das ist doch klar. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich gesagt habe, die Frau John Dornemann hat recht, weil die Stimme klingt anders bei mir jetzt. Aber ich habe weniger Arbeit damit. Du musst es trainieren, aber im Kopf trainieren. Nicht immer hier. Du gehst spazieren und denkst, es muss so heißen. Wie ein Fosch. Nicht wie ein Fosch, wie ein Fisch. Immer wie ein Fisch. Okay. Ja. Noch ein bisschen. Machst du wieder klein jetzt. So. Wie. Wie. Also. , wie. Wie. Und wie. Die A immer etwas, etwas dunkler. Tenke an an die Schweden sage Ah. Ja, schön, ja. Etwas Schwedisch, nie ein A, sondern O, O, nicht A, O, Mando. Ja. Diccia, diccia, va, con ardo, la, 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 la. Aha, ich hab das wenig gesungen, das sind deine Roller. Die, wo ich gesagt habe, es gibt auch eine Platte, wo ich leider nicht gut Regoletto gesungen habe, aber anyway, also als ich mich angemeldet habe, ich möchte Regoletto singen, dann haben sie gesagt, du bist zu groß dafür. Und Cheryl Mills war mindestens so groß, hat immer Regoletto gesungen. So, noch mal. So, noch mal. ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE ECHO? ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE PALPITO Jetzt bist du eng geworden. ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE PALPITO ECHO NARDENTE PALPITO Ja. Gut. Das muss ich trotzdem erzählen. Ich habe gesagt, du heißt Malmann. Wenn du Malmann, das eine N wegstust, hast du es leichter in Amerika. Und da musst du ja hin. Nur, sonst bist du ja niemand in Deutschland. Ich habe an der Metropolitan einen Kollegen gehabt. Einen Tenor, für Comprimario würden wir das nennen. Der die leichteren Rollen gesungen hat immer. Und der hieß Charles Anthony. Und eines Tages sagt er zu mir, weißt du, dass das mein Künstlername ist. Er sagt, ein Künstlername? Charles Anthony ist ja kein Künstlername. Bitte halten sich fest. Dann sagt er mir seinen Familiennamen. Enrico Caruso. Ich habe ihm kein Mensch geglaubt. Ich habe gesagt, der spinnt, wenn er sich so nennt. Das war Charles Anthony. Stell dir vor. Caruso heiße ich nicht. Nein, nur, das war nur ein Vorschlag. Okay, also. Ich werde aus Don Carlo den... Carlo. Don Carlo. So, ja. Werde ich... Werde ich... Werde ich... Werde ich... Nein, ab... O Carlo Ascolta. Ach so, ja. Natürlich, ja. Gibt's auch. O Carlo Ascolta. Ascolta. Okay. O Carlo. O Carlo. O Carlo. Carlo Ascolta. O Carlo. Carlo. O Carlo. O Carlo. O Carlo. Ascolta. O Carlo. 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 Super. Ja. Mensch. Mit dir wäre ich ungern aufgetreten. Nochmal. Merkst du das? Mhm. Nicht? Du brauchst es nur später, du kriegst dann auch unsere Aufnahme, übertragen auf alles, was du singst, immer. Wenn zwei Takte stimmen, stimme die nächsten zwei auch, bis zum Schluss. Okay, nochmal. Es gibt im Italienischen die geschlossenen, die semi-cusi, die halb geschlossenen und die ganz offenen. Zum Beispiel würde man sagen, non ancora. Und zwar vorne ist noch das Ende, das ist ein Rado Pimento En Fornico, das heißt, es wird fast doppelt gesprochen. Non ancora. Aber auf anderer Seite, na, kann es wieder offen sein. Nicht no, sondern na, in un avoglio. Dann ist es offen. Also es gilt, wenn man Italienisch singt, auch die Mentalität der Sprache zu lernen. Die ist anders als unsere. Okay, nochmal. Und mach nicht so lange das L. Ja. Ja. Mach nochmal am Anfang, weil ich weiß dann auch, wo ich einsetzen kann. Entschuldige. Mach mal am Anfang. Mach weiter. Du mach weiter. Carlo, das ist mein Tee. T'aspetta 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 A San Justo Das ist ganz so A San Justo A San Justo D'un dono man Tutue la sa A la terra T'aspetta Mi Manta Nochmal, nochmal, weil ich hineingebrüllt habe. Das verführt mich so. Ich hab's ja auch oft gesungen. T'aspetta 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 Das E ist eng. Das E ist zu eng. Das E ist zu eng. Ganz reise. Singst du gut? Das hat einen großen Reiz. Das ist die Liebe zu ihm. Und dann sterbe ich. Ja, ja. Auf den Mut. Carlo Mio. Mio. Carlo Mio. Carlo Mio. Carlo Mio. Carlo Mio. 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 Amen. Amen. Por ti. Mio. 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 Das geht noch einfach. Mio. 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 Ja, das habe ich früher als auf einen Ton gesungen. Ich probiere es mal, ob es noch geht. Ja, da hat Jimmy mal gesagt, du musst es auf einem Atem singen. Jetzt habe ich immer auf einem Atem gesungen. Heute kann ich es jetzt nicht mehr, weil ich nicht geübt bin. Da habe ich etwas zu geben. Ich trainiere das mal. Deswegen muss es auch entsprechend ein Piano sein, denn du bist ja wirklich am Verrecken da. Und deswegen hast du am Schluss die Ausrüfe noch. Gut, mach noch mal. Das Morro ist so zwei R, ne? Ja. Musst du zwei R sagen, Morro. Ja. Ich mache das jetzt wie Heino. Oh, der singt ja jetzt klassische Lieder. Ich übernehme die Schlager für den. Mach noch mal. Noch, 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 noch. Pass auf, pass auf. Und so weiter, okay? Ach, ich werde noch mal Dom Kartlos. Oh, der singt ja jetzt. 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 Das ist schon der Ausbruch. Du bist ja schon fast tot. Oh, der singt ja jetzt. Ist das gut? Ja. Immer wenn Kollegen so gut sind, bekomme ich Gänsehaut. Prima. Den Schluss noch, den Schluss. Wie? Den Schluss musst du auch machen, ja. Gut, du machst mir Freude. Nochmal, weißt du, wie? Geh nochmal ab, der Kling ist zum Schluss. Das ist so schön, dieses... Non... ...discordar. Nicht, non... ...discordar. Ja. Ja, der Blut kommt schon da. Ah, die me... ...nont... ...discordar. Das sind piani jetzt, das ist piani. Di me, non ti scordar, di me, non ti scordar. Regnare tu dovevi, regnare, regnare tu dovevi. Di morir per te, di morir per te, di morir per te. Ich weiß auch, nutze das immer aus, dass du trotz allergrößter Behinderung und Erschöpfung das noch sagen willst. Bindes, bindes. Di morir per te, di morir per te. Bindes, bindes. 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 Sanja und Salvatore Adi me man Nein, nein, nein. Adi me man Discordar Mach keine Pause, halt die Spannung. Das Publikum, was unten sitzt, macht mit dir genau dasselbe, was du machst. Und daher kommt der Beifall. Das Publikum fühlt alles das, was du an Gefühl gibst, mit. Das ist sehr interessant, weil die letzten wissenschaftlichen Ergebnisse haben das genau festgestellt. Du hast diese Spiegelneuronen auch, das weiß vielleicht jemand. Die haben ein paar Affen das festgestellt. Also wenn du gähnst, hast du automatisch jemanden, der zuschaut und auch gähnt. Und so ist das Gefühl auch, die Menschen, die Leute, die da im Publikum was drinnen sitzen, macht das mit, was du glaubwürdig denen bringst. Immer. Ja. Du könntest losen mit mir. Adi me all Discordar La terra mi manca Adi me Na Dis Na 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das mache ich jetzt ganz selten, was ich mache. Komm her. Wir machen bitte eine kleine Pause, denn es wird noch hart hergehen. Können wir weitermachen? Ich möchte ein klares Ja hören. Ja, wunderbar, wunderbar. Professionelle Sänger, Sängerinnen treten an Opernhäusern oder in Konzerten auf, wie wir wissen. Opernhäuser werden staatlich hoch subventioniert, da sie einen Bildungsauftrag für die emotionale Bildung erfüllen sollen. Um die Wirkung eines erfüllten Bildungsauftrags nachzuweisen, dachte ich zunächst daran, Gesang als dominierenden Anteil einer Opernvorführung, um die sinnliche Kommunikation zwischen Bühne und Auditorium einer näheren Betrachtung zuzuführen. Wäre es durch eine Untersuchung möglich, die Tätigkeit der Aktivitäten in gewissen Hirnfeldern eines jeden Zuhörers im Publikum vor, während und nach den Vorstellungen mit Hilfe neuerster Technik sichtbar zu machen, es wäre möglich, aber kaum durchzuführen. Im Herbst 1996 erhielt ich deshalb die Möglichkeit, eine klinische Pilotstudie an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität in München zu initiieren und zu delegieren. Gesang als musiktherapeutische Intervention bei depressiven Patienten. Welche Effektivität könnte eine Einzeltherapie in Form von angeleitetem Atmen und Singen auf depressive Patienten hinsichtlich ihrer Befindlichkeit? Depressivität, ihrem Konzentrationsvermögen, Antrieb, Erregungsgrad und ihrer Ängstlichkeit haben. Die Probanden hatten täglich, also es wurde mir die Erlaubnis erteilt, die Probanden hatten täglich etwa 10 bis 15 Minuten Unterricht, so nenne ich das jetzt, und sangen selbstgewählte Volkslieder, sobald es noch möglich war damals, oder auch Schlager. Um die Ergebnisse dieser Pilotstudie glaubhaft zu machen oder zu untermauern, wurde auch ein sogenanntes Crossover-Design durchgeführt. Die Patienten wurden an leichte Kartenspiele herangeführt. Wenn ich mich erinnere, war es aber Mensch, ärgere dich nicht. Die Daten nach der Befindlichkeit haben wir so oben auf der BFS von Cersen, das ist also die Möglichkeit, das festzustellen. Die visuelle Analogskala Visa und die globale Stimmungseinschätzung GSE wurden vor und nach den einzelnen Sitzungen, so wie vor der gesamten Studie und zum Ende erfasst. Das ist also vor Gesang. Vor dem Gesang gab es bereits eine bessere Stimmungslage als vor dem Kartenspielen oder Mensch, ärgere dich spielen. Der Grund war, wie wir festgestellt haben, dass die Patienten bereits mit einer gewissen Freude an das Ganze herangingen. Und anders geschlafen. Und daher ist also das schon etwas gesunken mit 1,03 und hier ist es noch 1,21. Also Vorgesang, Nachgesang, einiges an Depressivität verloren und die anderen Befindlichkeiten, sagen wir mal, es hat eine Katharsis stattgefunden. Und bei der unspezifischen Beschäftigung, dann eben Mensch, ärgere dich nicht spielen, blieb es doch am Schluss 1,09. Das war aber der Sieger wahrscheinlich. Bitte? Die war dann der Sieger am Schluss. Ja, ja, da komme ich noch hin. So, der Sieger, der Sieger vor dem Gesang Depression 90, nach dem Gesang am Schluss, das war die Endlösung dann, nach dem Gesang 0,72. Ja, 0,90 vorher, 0,72. Bitte die nächste. Und jetzt vergleichen wir Gesang und die unspezifische Beschäftigung, das Mensch ärgere dich spielen. Mensch ärgere dich nicht, glaube ich, heißt das. Ja, und da sehen wir auch, dass bei der gesamten Betrachtung vom Beginn bis zum Ende der Studie der Gesang und die Atmung, die ich mit denen trainiert habe, mit den Probanden trainiert habe, Entschuldigung, dass das sich ausgezahlt hat. Nämlich die depressive Geschichte bei denen ging herunter auf 18, 16, vorher schon, auf 12, 8, 4. Und hier blieb es noch oben ab 17, 4, 7. Das heißt, die Intervention, die ich gestartet habe, hat also Früchte getragen. Und eine das begleitende Medizinerin hat darüber promoviert. Aber ich wollte das natürlich auch außerhalb so einer Studie durchführen, beziehungsweise irgendwann den Bildungsauftrag auch erfüllen, wo er bis jetzt nicht erfüllt wurde. 1988 habe ich als Initiator und Sänger der Titelpartie in mehreren Konzerten Elias von Mendelssohn-Bartholdi aufgeführt. Der Titel hieß Elias für den Frieden. Die Schirmherrschaft übernahmen die Gattinnen der Präsidenten von Deutschland und Israel, Marianne von Weizsäcker und Aura Herzog. Ah ja, das sieht man mich als Elias. Bebartet, weil nämlich auch ein Film gedreht wurde in Israel, bei dem ich dann Elias war. Unser Plan war die Errichtung einer Schule in Israel, an der Kinder aller Religionen musischen Unterricht erhalten sollten. Dies gerade auch im Sinne des bayerischen Bildungsauftrages. Am Schluss hat es an Finanzen gefehlt und es ist flach gefallen. Und um den Bildungsauftrag auch auf der Bühne zu erfüllen, erhielt ich am Pfalztheater Kaiserslautern 2010 die Möglichkeit, Pfalzstaff von Giuseppe Verdi aufzuführen. Ich habe die Titelpartie gesungen, Regie geführt gleichzeitig und das Bühnenbild selbst entworfen. Dies alles unter Wahrung der Partitur und es ist ein Psychogramm geworden. Pfalzth trägt immer seine Jugend in Form einer Puppe mit sich, die ihn als Pagen des Grafen von Norfolk verkörpert. Damit will er die beiden Ehefrauen erobern. Die Puppe fällt auch sichtlich in eine mit Thämsenwasser gefüllte Badewanne. Das dauert etwas zehn Minuten. Ich hoffe, wir langweilen Sie nicht. Das dauert etwas zehn Minuten. Das dauert etwas zehn Minuten. Das dauert etwas zehn Minuten. Das dauert etwas Tisch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Paul Hoff, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Ich konnte es nicht hören, denn das muss ich auch mal erklären. Ich ging in Mainz in ein turwissenschaftliches Gymnasium und Latein war am Nachmittag. Und das gebe ich heute gerne zu. Im Sommer, aber am Nachmittag, musste ich in das Taubertsberg-Schwimmbad gehen, weil da waren nämlich schöne junge Damen. Da waren nämlich schöne junge Damen. Schon mal gehört? Schon mal gehört, gell? Nein, es entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe dann eben nicht Medizin studieren können, habe Volkswirtschaft studiert, habe sogar zwei Semester Chinesisch studiert, dann aufgegeben und habe beim zweiten deutschen Fernsehen das Sendearchiv mit aufgebaut. Mit Biolek zusammen. Seit dieser Zeit kenne ich den, also irre, ganz irre. Und das Wichtige war, dass also das Sendearchiv mir den Chauffeur und das Auto zur Verfügung, also Chauffeur auch, zur Verfügung gestellt hat, der mich täglich von Eschborn, stellen Sie sich das vor, von Eschborn in die Mainzer Uni gefahren hat und wieder abgeholt hat. Ich war der einzige Student in der Mainzer Uni, der einen Chauffeur hatte. Und damals fuhr ich, fuhr der immer am Konservatorium vorbei. Und im Sommer waren da die Fenster offen, wenn die Übungen gemacht haben. Uhuhuhu, uhuhu, uhuhu, so biecht das Fenster. Ich kann das nicht aushalten. Allerdings habe ich, während zum Abitur, diese mündliche Prüfung oder wie das heißt, Zugabe da, habe ich mir nur aussuchen können, etwas aus der Musik zu machen. Ich hatte damals Jazz gespielt, jahrelang Gitarre. Aber ich habe mal nachgegrast, es gab eine Aufnahme von dem, weiß ich gar nicht mehr, Frick, glaube ich, Oh, ich bin klug und weise. Sehr günstig, sehr günstig, um das den Herren da, die mich beurteilen sollten, vorzuführen. Und da bin ich zu einem Chorepetitor gegangen, der in einer Kirche was gespielt hat. Ich habe gesagt, das möchte ich singen, habe es aber vorher gelernt. Und der sagt, das können Sie nicht singen, können Sie nicht spielen, können Sie nicht singen, da muss man singen lernen. Das wusste ich ja gar nicht. Und ich habe mich ja geweigert. Und dann hat er mich zu seiner Gesangslehrerin gebracht, einer Ungarin. Und da habe ich wieder, Oh, ich bin klug und weise gesungen. Und ich sage, Sie müssen unbedingt Sänger werden. Da dachte ich, das ist doch zu doof. Und ich bin dann schließlich doch in die Uni gegangen. Und dann habe ich die Sänger gehört in den Übungen. Dann habe ich gewusst, ich kann unmöglicherweise so einen Blödsinn machen. Und dann, als mir das mit dem Studium gar nicht gefiel, Volkswirtschaft, das war ja entsetzlich. Und dann habe ich den Jakobi getroffen wieder, Professor Jakobi. Ein sehr bekannten Musikwissenschaftler, der mittlerweile eben zweiter Direktor war in Hannover an der Musikhochschule. Den habe ich angerufen und dann habe ich dort vorgesungen. Und da war Felix Brochaska dabei. Und der hat mich sofort als Student eingestellt. Brochaska, mich eingestellt. Ich habe nie eine Prüfung gemacht. Das gab schon den ersten Zwist mit den anderen Sängern, die da im Studium waren. Und dann habe ich so eine Schelllagplatte gemacht. Eine Arie drauf und auf der anderen Seite eine Dame mit einer Arie. Und die hat mir mein Chorepetitor dort an der Musikhochschule schnell weggenommen. Und hat die in Hannover am Opernhaus dem Intendanten gegeben zum Anhören. Und plötzlich kam also die damalige Mitarbeiterin der Direktion in die Aula von der Musikhochschule und sagte, Herr Weigl, hier ist der Herr Lehmann, Teddy Lehmann am Telefon. Und ich bin raus und er sagte, Sie haben heute bei mir vorgesungen, ich habe Sie engagiert. Ich habe Ihnen doch nicht vorgesungen. Sie haben mir vorgesungen, kommen Sie, wir machen einen Vertrag. Und dann habe ich noch zu dieser Dame, die heute seit fast 50 Jahren meine Frau ist, habe ich gesagt, weißt du Karin, ich habe doch nicht vorgesungen. Also ich bin hin, dann saß er da und hat mir einen Anfängervertrag gegeben, nämlich 650 D-Mark monatlich. Und dann hat er gesagt, verzichten Sie auf 50, kommen Sie in eine bessere Steuerklasse. Und dann war ich für 600 D-Mark dort engagiert und habe schon im ersten Jahr alle Wurzen singen müssen, manchmal nur zwei Takte, in 219 Vorstellungen im ersten Jahr. Im zweiten waren es weniger, aber dafür durfte ich im Ballhof noch als Schauspieler mitmachen, so dass ich also sowohl Anfänger in der Oper war, als auch im Schauspiel bei kleineren Rollen. Das habe also Amphitrion von Kleist, dann habe ich die, wie heißt das, die Plebeer probenden Aufstand von Brecht, Mann ist Mann und die Ermordung des Jean-Paul Marat. Und da gab es auch Plakate, wo ich bei Mann ist Mann zum Beispiel gerade so fertig war im Ballhof in Hannover, dass ich wirklich angestrengt hinübergelaufen bin in die Oper, um noch den Ottokainen Freischütz zu singen. Vielen Dank. Ich wollte noch dazu sagen, normalerweise bekomme ich nur Flaschen. Nein, ich bedanke mich bei den zwei Sängern und bei dir, Anna. Anna Kravtsova ist eine ausgesprochen gute Korpeditorin, Pianistin in Hamburg. Und wenn wir früher, haben wir oft zusammengearbeitet, als ich noch was lernen wollte, weißt du? Ja, dann gab es, weil den Onyegin habe ich Russisch gesungen und andere auch, andere Sachen. Und dann sollte sie mit mir das Russisch machen. Dann sagt sie, du kannst das ja schon, weißt du noch. Und ich hatte, Rostropowitsch hat mein Russisch gelobt. Ja, war auch ein Freund. Und wenn ich dann habe ich ihr, Ich bedanke mich bei Ihnen. Sie war ein außerordentlich gutes Publikum. Und ich habe mich wieder zu Hause gefühlt. Vielen Dank. Ich akzeptiere nur Flaschen. Ich muss mich doch mit dem Koffer dann kaputt stehen. Nein, ich meine Frau nicht. Ja, okay. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.